moin moin kapitäne kapitäne heute ganz andere video form heute besprechen wir mal über den blut über die karen wars ja letztes mal hatte ich hier mit meinen jungs mal ein bisschen privat mal klar was gespielt ist nicht so dolle aber wenn man klar wenn man das erste mal klar spielt ja wird was freigeschaltet die persönlich aufträge und ist ein sehr interessanter lutz dabei von 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 bronze bis ok an liga deswegen fangen wir mal fangen ja mit brise an das sind die signale muss man sie mal gewinnt mit 10 schiffe leider ja und geht so weiter bis sturm ok an taifun und ok an liga deswegen und die lute sind ziemlich daran muss man leider sieht man gewinnen um die um diese zu bekommen und wenn man sturm ist und kommissionale tarnung und noch ein bisschen dublon wenn man das wenn man das abgeschlossen hat dann kommt die nähe in den nächsten liga und deswegen gibt es die typen 59 tarnung 20 mal ist nicht schlecht so da bekommt man noch 20 mal drachenfall und 20 mal aus boos flag das ist verdammt geil eigentlich okay sie acht mal gewinnen sieben mal und hier muss man leider 5 15 mal gewinnen aber dafür 30 tage premium das ist schon geil 30 tage für premium wie viel muss man dafür ausgeben so 30 tage ist nicht schlecht kann ich kein schlechter die sagt man so und ja wenn man das abgeschlossen hat da kriegt man noch zusätzlich die bloß ist ist nicht schlecht das kommt der fuhr der fuhr jetzt schon etwas an das ist ja die anfänger klasse ja anfänger klasse würde ich sagen mit der fahne leute und schon hier und ab da wird schon die etwas erfahren und hier kommen die oberprost rein deswegen und hier gibt es leider nur fünf quotieners ich weiß nicht was genau da drin ist ist ja nur nur fünf quotiener gezeigt so war ich denn genau so wird ein schuliger weiter schuliger gibt besonderheit weiter schuliger wenn man da das erreicht hat bekommt man die stalingrad flagge die stalingrad flagge muss mal dreimal haben um das schiff zu kriegen und deswegen und die die nutzen echt verdammt gut und also hochwertige auch dabei wie wie wir sind frei ep kapitän elite den joker das ist verdammt geil und es ist wirklich ein ansporn klar zu spielen deswegen und da bekommen wir ja noch zu sehen wenn man gewinnt ja öl nur wenn man nur gewinnt für nie da kriegt man ein bisschen leider gar nichts ist eigentlich bisschen schade wenigstens für die erlagen wie zehn öl für die leider nichts kriegen so ein bisschen schade naja bis ein bisschen frei ep klang in class zusätzlich was bekommt noch ein paar quotinos und ja nur ein bisschen kleinigkeiten packen und das war es deswegen ist für die für die spieler für die leuten nicht schlecht mal so klar was zu spielen nach ein abwechslung aber herrigen king liga das ist so einer seite kommt wirklich nur die besten und die besten da rein es ist fraglich wie du ganz normal also mal sagen wenn die leute nun mal acht stunden am arbeiten sind es ist sowas war ja eigentlich eher ein traum und so wie ich nur normal spieler für ein paar stunden ist die liga er fast so unerreichbar jetzt sind wir kommen wirklich nur die krank sind fast nur noch das zocken und ne was muss spaß machen deswegen ist immer mal bei uns ist so wie wir ein bisschen spaß haben das ist die hauptsache und klar was ist so bundes und die ball so klein abwechslung was anderes als zumal zufällsgefechte und deswegen die nutzen ist nicht ist nicht schlecht was er bekommt aber das ist so ein problem du kommst einmal wie man sagen er besprechen weil das das nächste video dass wir wenn die mit gleich schiffe richter noch verklüpfen deswegen da will ich mir ein bisschen das und da wissen zugeben mit die leute schiffe und deswegen deswegen weil ich mal so ein video machen wenn man so ein spiel anfängt und ein klar reinkommt und sieht man die ganzen sachen mal oder oder überhaupt noch keiner klar was gespielt hat wirklich keiner weiß was man sag mal was die leute ein bisschen verpassen auch die lute sind relativ nicht schlecht aber in oberreihen zu spielen also kommen wirklich nur die besten die rein und deswegen und das ist das ist für die ansporn ist okay ist für die ganz in ordnung aber für mich ich bin ja ganz mal für paar stunden nur am zocken wie wir diese diese liga mir eigentlich einmal darum bleiben wenn man das doch mal schaffen sollte wenn es gerade passt das erst mal in der rein zu kommen das ist immer so ein wunder das ist ist ein anspruch das normal zu machen aber so eine sache so ansporn es kann auch sehr stark negativ gehen deswegen also wenn man so ein paar liga aufsteigen ist schlecht da weiß man okay irgendwann kommen wir mal doch mal in tafuen liga und ja für die meiste ist es für die vielen kleinen ist fast pflicht klar was zu spielen deswegen für mich ist sowieso klar was ein bisschen spaß nur abwechslung was anderes als mal zufälls gefechte deswegen und wir sagen das ist so 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 kleine lute analyse für die klar was und wir sagen schreibt man kommentare an bio oder so man wir wie weit ihr medikale was vorankommt deswegen mal gucken mal gucken wie es wo uns mal wird ich hoffe wegen zu boden zu wenig nur wissen aufsteigen viel muss es ja ja nicht sein aber deswegen dann würde ich nur sagen wünsche euch noch schönen tag noch schnack noch und auf wiedersehen